Eine Tür geht auf. Was für eine Tür? Die Tür vom Heimathaken. Es ist der 10. Dezember und wir von den Gorillas verlosen zwei Tickets für die wunderbaren Rixdorfer Perlen. Von der einen werde ich gerade gefilmt. Das ist Winter. Wir kommen jetzt hier auf die Bühne. Die ist schon eingerichtet. Magic happens here. Und zwar, wenn ihr eine E-Mail schreibt, dann könnt ihr zwei Tickets gewinnen für den 17. oder für den 18. Dezember. Bei uns, beide Perlen. Achtung, da kommt noch eine wunderschöne. Ihr kommt jetzt. Wir erst. Bis dann. Schreibt aber. Ihr müsst schreiben. Bis 21 Uhr am 10. Dezember. Bis dann. Ciao. Bis dann. 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 Bis dann.